Oh, hallo! Ich kann im Moment leider nicht für euch spielen, aber zum Glück habe ich keine finanziellen Probleme. Ich habe vorgesucht und mich abgesichert. Psst! Eine Rolle? 10 Euro! Nein, 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 nein! 20! 20 Euro! Warte, warte! Na gut, wer mir einen kreativen Kommentar zu dem Video schreibt, der bekommt eine Rolle kostenlos nach Hause geschickt. Nicht! Bleibt zu Hause und bleibt gesund!